Hallo miteinander. Wir sind unterwegs für Kaleidos. Der CAS Organisationsentwicklung und Beratung hat zwei Schwerpunktthemen. Das eine Unternehmenskultur und das andere Change Management. Und das gehört mir heutzutage überall und alle haben eine bestimmte Meinung dazu. Und genau das werden wir heute testen. Und im CAS werden wir es vertiefen. Viel Spass! Du Arni, was ist eigentlich eine gute Unternehmenskultur? Oh, gute Frage. Ja, also coole Unternehmenskultur heisst für mich, miteinander vorwärts gehen, zusammen etwas anpacken, ja, miteinander etwas erreichen. Gute Unternehmenskultur ist für mich, wenn man kommunikativ ist mit den Mitarbeitern, wenn man transparent kommuniziert, Veränderungen relativ schnell preisgibt und, ja, die Mitarbeiter darüber informiert. Und schlussendlich, glaube ich, eine offene Art von der Unternehmung und eine Abwechslung hat. Also, dass man, ich sage jetzt mal so, das Work-Life-Balance stimmt. So, die Frage ist, in Ihren Erfahrung und VIEW, was macht eine Zusammenarbeit enjoyable? Okay, uh, you know, given that a collaboration will involve people from different backgrounds, from different walks of life. I think, what is key is, the number one thing, what is key to me is, like, mutual understanding and respect for one another, right? If you have that, then you can peel on that. And then the next thing will be, to accept each other's contributions. Everybody should be able to contribute, to have equal opportunity to contribute, what they think. And then the group can think on it. And then they will decide the best way for all. A good environmental culture for me is, when in a business the world, from all of them, from above to below. And the written and written and wrote, written and written and speaks, really, both of them. That means, for me is also important for myself, Also offen, ehrlich, die Probleme, die guten Sachen ansprechen und miteinander umgehen. Das ist sicher mal, dass man sich immer gutes Feedback geben kann, positiv und auch konstruktiv. Es ist einfach eine gute Atmosphäre zwischen den Angestellten und dem Chef. Da ist Vertrauen, da ist auch Spass. Dass man sich einfach wohlfühlt, würde ich sagen. Dass man gerne zum Arbeiten kommt. Ich denke, das ist das Team schon mal sehr, sehr wichtig. Für mich ist ein gutes Unternehmenskultur an Vertrauen. Fehler dürfen machen. Wenn Fehler passieren, wird nicht gefragt, wer den Fehler gemacht hat, sondern warum ist der Fehler passiert. Dann kann man auch etwas dagegen unternehmen. Ja, ich würde sagen, das sind für mich die wichtigsten Grundsätze in der Firmenkultur. Wenn Meinungen von 100 Stunden in der Hierarchie bis zum obersten Obergewicht haben. Ja, das sind ja so viele Antworten. Ich weiss aber nicht wirklich mehr. Weisst du was? Dann komm doch zu uns. Das ist Kaleidos, CAS, Organisationsentwicklung und Beratung. Okay, gute Idee. Das ist Kaleidos. 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 Vielen Dank.